Es gab keine Anzeichen. Es kam ohne Warten. Das Verhängnis kam zu uns allen. Die letzten Verzweifelten kämpften um ihr Überlebnis. Vielleicht gab es die Gelegenheit für Frieden. Aber Verzweiflung und Vertrauen gehen selten in Hand. Und so begann ein Jahrtausend der Konflikte. 1.000 Jahre lang. Die größten Krieger, die die Welt je gesehen hat. Der Grund ihres Kampfes, verloren in der Geschichte. Und doch stehen sie immer noch hin und suchen ein Zeichen des Friedens. Ich werde sie eines Besseren erleben. Ich bin Apollyon. Ich bringe den Krieg. Ich bin Apollyon. Ich bin Apollyon.